eine variation des kopfstandes svenja zeigt wie es geht vom fersensitz ausgehend gibt die hände auf den boden etwas schulterbreit gibt den kopf auf den boden vor den händen so dass ein gleichschenkliges dreieck entsteht zwischen händen und kopf dann strecke die beine aus wandere mit den zehen nach vorne und dann beuge die knie und komme hoch zum kopfstand halte dabei das gewicht stark auf den händen damit nicht zu viel gewicht auf dem kopf ist dabei stärkst du die trizeps muskeln also oberarm muskeln wie auch die latissimi pani mukta dromasana ist eine gute übung um das gleichgewicht zu entwickeln und um konzentration zu entwickeln halte die stellung aber nur so lang wie du weißt dass es für deinen nacken gut ist im gegensatz zur grundstellung von shir shasana ist hier nämlich relativ viel gewicht auf kopf und damit auf dem nacken pani mukta dromasana wie jeder kopfstand ist gut für gleichgewicht ist gut für die verdauungsorgane ist gut für die rückkehr des venösen blutes zurück zum herzen beugt krampfadern vor regeneriert die psyche hilft wacher zu sein mehr energie zu haben und aktiviert die höheren chakren von der wortbedeutung her pani bedeutet hand mukta bedeutet befreit pani mukta sana ist also wäre also die stellung der befreiten händen was heißen soll dass du anders als normalerweise im kopfstand nicht die hände gefaltet hast sondern auseinander droma heißt übrigens wörtlich baum und dromasana ist dann eben die baumstellung und baumstellung kennst du zwar normalerweise als die einbeinstellung im stehen aber dromasana kann auch eine eine bezeichnung sein für den kopfstand ja soweit für heute alles gute bis zum nächsten mal auf wiki punkt yoga binde strich mit der punkte